Benefit Fail, wie die Einführung von Benefits im Unternehmen scheitert. Mein Name ist Randolf Moreno Sommer. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung FairFamily. Wir helfen Arbeitgebern dabei, zu Top-Arbeitgebern zu werden, indem wir besondere Gesundheitsleistungen zuallererst in deren Unternehmen einführen. Wir haben mittlerweile schon über 16.000 Mitarbeiter bei uns, die wir betreuen in über 450 Firmen. Und wir leben eine ganze Menge dabei. Was scheitert? Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, denn jeder Arbeitgeber muss sich irgendwann früher oder später darüber Gedanken machen, was für Benefits führe ich in meinem Unternehmen ein und wie führe ich sie denn vor allen Dingen ein? Denn in den meisten Unternehmen gelingt das nicht, wenn bestimmte Punkte einfach nicht geklärt sind. Und über diese Punkte wollen wir heute sprechen, denn diese Fähigkeit, etwas in das Unternehmen einzuführen, könnte man auch als Change Management bezeichnen und bringt eine ganze, ganze Menge Mehrwert. Lass uns erstmal über das Problem sprechen. Wenn es ein Arbeitgeber einen Benefit, das kann ein Jobrat sein, das kann ein betrieblicher Arbeitersversorger sein, das kann ein Gesundheitsbaustein sein, das können Lohnbestandteile in Form von Essens, Gutschein und was auch immer sein. Also egal, um was für einen Benefit das geht, wenn er Arbeitgeber einen Mitarbeiter hat, muss er irgendwie den Mitarbeitern das beibringen und das kommunizieren und das übermitteln. Und das größte Problem dabei ist, dass A, erstmal im Unternehmen oftmals nicht klar die Verantwortlichkeiten geklärt sind, wer ist jetzt zu 100%ig genau verantwortlich und wird auch für das ganz verantwortlich gemacht. Und ich meine dazu zu 100% im Unternehmen. Und damit meine ich nicht der Dienstleister von außen, sondern derjenige, der im Unternehmen die Schnittstelle zu dem Dienstleister von außen überhaupt übernimmt. Denn man kann von keinem Dienstleister der Welt erwarten, wenn er im Unternehmen nicht drinsteckt, die Strukturen nicht kennt, die Leute nicht kennt, in keinen Dailies, Weeklys, Monthlys mit irgendwelchen Führungskräften sitzt, dass er irgendeine Verantwortung darüber übernehmen kann, wie das tatsächlich in das Unternehmen vollkommen reingebracht wird. Und deshalb ist das Wichtigste, zuallererst einmal oder das größte Problem, weshalb Dinge scheitern, ist natürlich die Verantwortlichkeiten zu klären. Und das Zweite, was zu klären gilt, ist dann oftmals die Strukturen und der Ablauf der Kommunikation und der Schulung und der Ausbildung, wie sowas eingeführt wird. Viele Unternehmen denken, naja, ich habe jetzt einen Benefit, schmeiß das den Leuten irgendwie dahin, die werden das schon irgendwie verstehen. Und da entsteht natürlich ein sehr, 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 sehr großes Problem. Denn Leute verstehen nicht gleich, Leute wissen nicht ganz genau, wo es die anmelden, manche sind computeraffin, manche sind nicht computeraffin. Die, die es dann nicht so sind, werden es dann eher nicht so nutzen, lassen es dann eher verfallen und dann bezahlt das Unternehmen natürlich für irgendwelche Benefits, die gar nicht richtig genutzt werden oder die wollen, dass ihre Mitarbeiter irgendwelche Benefits nutzen, für die sie vielleicht noch nicht direkt bezahlen, aber sie bezahlen damit, dass sie etwas einführen, was zum Beispiel niemand nutzt. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr hoher Preis, weil es erzählt wird, ja, wir haben folgende Benefits und die werden gar nicht genutzt. Und die Lösung ist zuallererst, im Unternehmen für jeden Benefit-Baustein eine ganz klare, verantwortliche Person zu benennen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter XYZ ganz klar dafür verantwortlich ist. Typischerweise ist die Einführung von Benefits auch ganz klar im HR-Bereich aufgehangen. Hat man jetzt keinen eigenen HR-Bereich, ist es typischerweise im Backoffice irgendwo angegliedert. Im HR-Bereich muss das Ganze übernommen werden. Normalerweise braucht das auch dann, je nachdem, wie groß der HR-Bereich ist, wie erfahren der HR-Bereich ist, auch die Unterstützung ein wenig, vor allen Dingen von der Person, die sich vielleicht dafür entschieden hat, wie der Unternehmer. Und die mit den Dienstleistern richtig zusammenzuführen und das ganze Thema richtig einzufädeln, sodass da die Grundsteine gelegt sind. Noch besser ist es natürlich, den HR-Bereich, zum Beispiel das Strategiegespräch mit dem Dienstleister mit hineinzuholen, um die ganzen Sachen wenigstens mitzubekommen, Fragen auch zu stellen, geklärt werden. Und nicht, dass dem HR-Bereich sozusagen gleich irgendwelche Sachen hingelegt werden, die der HR-Bereich gar nicht so richtig kennt. Und wenn das gegeben ist, eine klare Verantwortlichkeit benannt worden ist, dann geht es natürlich darum, dass der HR-Bereich einen ganz guten Kontaktpunkt zu dem Dienstleister hat und für klare Kommunikationswege sorgt. Das heißt, ich brauche ein enges Kommunikationsverhältnis zu meinem Dienstleister, wenn ich Fragen habe, irgendwelche Unklarheiten sind, damit ich das sofort schnell und zielgerichtet klären kann. Und ich brauche natürlich dann gute Kommunikationswege zu meinen Mitarbeitern. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel Bäckereien erlebt mit 300, 400 Mitarbeitern. Die haben gar keine richtige Kommunikation nahe zu ihren Mitarbeitern. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie kommt diese Information von, hey, wir haben einen neuen Baustein, tatsächlich mit nach unten in die letzten Verästelungen einer Bäckereifiliade hinein. Und das können ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten sein. Also manchmal gibt es E-Mails, manchmal gibt es Systeme, manchmal gibt es Filiarleiter und, und, und. Aber man muss sich ganz klar darüber Gedanken machen, wie das Training und die Ausbildung von Mitarbeitern in Bezug auf Bausteine, in Bezug auf Benefits, tatsächlich auch gemacht wird. Das ist nicht einfach nur so getan. Was ist mit Leuten, die das nicht gleich verstehen? Was ist mit Leuten, die vielleicht Fremdsprachen nur sprechen? Was ist mit Leuten, die gerade im Urlaub sind in diesem Moment? Und, 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 und. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die beachtet werden müssen. Und diese Dinge müssen in die Überlegungen mit einbezogen werden, weil ansonsten wird die Einführung eines Benefit-Bausteins zu einem riesen Fail. Und dieser Fail sorgt im Nachhinein dafür, dass ihr gar nichts gewonnen habt und Gelder bezahlt für irgendwelche Benefits, die nicht genutzt werden und keiner es weiß und niemanden es emotional berührt. Und deshalb ist die Lösung auf jeden Fall die klare Kommunikation und die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Überlegungen dahingehend, wie das Ganze eingeführt werden soll. Und wenn das gemeistert wird, dieser Skill, wie führe ich etwas bei mir ein, dann werdet ihr in der Lage sein, immer wieder Sachen bei euch einzuführen. Denn viele Unternehmen, gerade wenn sie wachsen, haben starke Probleme damit, irgendwelche Veränderungsprozesse in ihrem Unternehmen durchzuführen, weil die nicht wissen, wie die die Mitarbeiter mitnehmen sollen. Und das führt natürlich zu einem riesigen Problem, in dem Sinne, dass die weder in der Lage sind, einen Benefit einzuführen, noch eine neue Software, noch eine neue Kommunikationsstruktur, noch, noch, noch irgendetwas anderes, sind dazu nicht in der Lage. Und deshalb unterstützen wir unsere Kunden sehr proaktiv mit einem Customer Success Coach und nach einer ganz klaren Vorgehensweise Benefits im Unternehmen wirkungsvoll und nachhaltig einzuführen und die Überlegungen anzustellen mit den beteiligten Personen und wir holen die Führungskräfte ab. Wir fragen auch nach negativen Auswirkungen, wir fragen nach Kommunikationswege. Wie kann das am besten geschehen, damit der Benefit, zum Beispiel eine Gesundheitsleistung, ganz klar in das Unternehmen eingeführt werden kann. Weil wenn das nicht gemacht wird, hat es einfach die ganze Konsequenz, die ich gerade genannt habe und ihr habt absolut nichts darin gewonnen. Das bedeutet, wenn du ein Unternehmer, eine Unternehmerin bist oder jemand aus der AHA-Abteilung und ihr schon mal angefangen habt, Benefits einzuführen und die vielleicht nicht so richtig ihre Wirkung entfalten, weil ihr auch die Prozesse und Strukturen in dem Bereich nicht richtig hattet und ihr auch gerade überlegt, hey, was kann ich denn machen, um meinen Mitarbeitern was richtig Gutes zu tun, dann geht einfach auf www.fairfamily.de und schaut euch mal unser Angebot an, 300 plus Gesundheitsleistungen und der Staat zahlt, wo wir über 300 Gesundheitsleistungen für den Mitarbeiter und für die Familienangehörigen steuerlich optimiert und staatlich gefördert einfach abrufen und euch dabei unterstützen, in das Unternehmen das Ganze einzuführen und dabei werden wir natürlich diese ganzen Dinge beachten, damit der Baustein natürlich richtig implementiert wird und richtig sitzt am Ende und am Ende lernt ihr eine ganze Menge an der Zusammenarbeit, denn ihr werdet verstehen, wie Change-Prozesse im Unternehmen einfach richtig angegangen und durchgeführt werden. Also, das war spannend für euch, dann meldet euch jetzt unter www.fairfamily.de Gutes Gelingen!